Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Asreiter. Wir sind in Folge 2 von Dwarf Fortress und das bei Steam. Oder in der Steam-Version, sagen wir es so. Wer hat letztes Mal gesagt, dass wir dieses Lager hier bearbeiten müssen, da ist ja alles drin und das müssen wir ändern. Der Stockpile muss ein bisschen umgebaut werden. Das würde ich sagen, machen wir alles nach dem Intro und dann noch viel mehr. Bis gleich. So, dann gucken wir doch mal hier rein. Stockpile 1, View Stockpile ist hier und dann müssen wir mal schauen. Hier steht ja All. Wir wollen aber nicht mehr All haben, sondern es müssen gewisse Dinge da raus. Kann man All ändern? Nein. Repaint Stockpile? Ne, das will ich nicht. Move this stockpile permanently? Ne, das will ich auch nicht. Set from which workshops and stockpiles this? Ne, das will ich auch nicht. Stuggle whether the stockpile can take items from anywhere? Das wollen wir auch nicht. Das würde bedeuten, wir machen jetzt Ammo. Wir machen Animals. Ne, Animals will ich da auch nicht rein haben. Ammo. Achso, da kann man jetzt Click an Icon to set stockpile type. Okay, All geht. Aber ich würde da gerne was ausnehmen. Custom. Da ist es. Alles klar. So, Ammo. Animals sollen da nicht rein, denke ich. Wie kann man Empty Animal Traps? None. Gut. Und dann kann ich Ammo sagen. Und Ammo? Früher war das alles viel einfacher, als es noch andere Menüs gab. Äh, ja. Jetzt muss ich das alles... Ach, da kann ich All klicken wahrscheinlich, ne? Kann das sein. Animals will ich dich da nicht drin haben. Ammo. Ja, mach erst mal All rein. Bars and Blocks. Ne, Close. All. 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 Achso, warte mal. Dann müssen wir hier nochmal rein. Das muss auch All sein. Hier muss auch da All sein. Coins. Kann auch All sein. Finished Goods möchte ich da nicht drin haben. Food möchte ich da nicht drin haben. Furniture, Sitche, Ammo. Kann ruhig rein. Gems. Ne, Leather. Ja. Korps. Ne, Refuse. Ne, Sheet. Papier oder was? All. Alles. Stone wollen wir nicht. Weapons, Trap, Comps. Äh, ja. Machen wir auch alles rein. Und Holz nicht. So, dann haben wir den gemacht. Sehr gut. Jetzt muss da was passieren, dass das alles wegkommt, ne? Äh, sind wir bestimmt in der Pause, ne? Ja, so sieht's aus. Also, die müssten jetzt erstmal gucken, dass das hier alles raussortiert wird. Und die bringen das Holz darüber, dann sieht das schon mal sehr gut aus. So, wie wir es haben wollten. Jetzt sind hier noch ein paar Barrels, ne? Pigtail Bag, right. This is a Pigtail Bag. Okay, da sind Filze und sowas dran. Gut, äh, haben wir das erst. Hier ist ein Fluss. Da ist unser Wagen. Habe ich denn irgendwo auch die Einfahrt? Ne, ne? Wohl nicht. Hier sind noch Bäume. Das würde bedeuten, ich könnte hier eigentlich noch was abholzen, ne? Machen wir doch mal hier so. Da haben die den Auftrag. Da ist jetzt auch eine Axt drauf zu sehen. Dann machen die das auch runter, ne? Läuft erstmal. Hier ist auch einer am Choppen. Das sieht erstmal gut aus. Hier geht's auch. Ah, da sieht man jetzt auch das Holz fallen. Sieht das da auch so aus? Ja, da fiel der Baum nach da. Und dieser Baum fällt nach. Da. Okay, alles klar. So, wir sind hier am Workshops machen. Und, äh, welcher Shop ist das denn hier? Crafts, Crafts, Workshop. Da müssen wir natürlich noch Add New Task. Ja, da brauchen wir jetzt einen Manager eigentlich, ne? Das hier ist die Unendlich-Taste. Dann macht die doch mal an. Make Rock Amelette. Ja, ich denke mal, das ist erstmal gut. Dann lasst die das da erstmal machen. Aber wir hatten das hier so ein bisschen. Hier ist Holz. Wieso kommt da Holz unten im Keller hin, ne? Rock ist hier. Das bedeutet, wir machen hier einen Stockpile hin. Ne, das ist kein Stockpile. Achso, da müssen wir hier noch machen. Machen wir das so. Ich denke mal, wir könnten das jetzt... Ja, wenn ich den, glaube ich, runterziehe, so... Ja, das machen wir mal so. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Das hat nicht geklappt. Ah. Nochmal das Ganze. So, den ganzen Stockpile. Ja. So. Klick the Play Area to paint the Stockpile. Ja. Und da sollten... Custom Sheet-Sachen rein. Finished Goods kommen da rein. Stone Clay. Und da All. So, das sollte dann erstmal passend sein. Finished Goods hat er da. Gut. Also da werden die jetzt reingemacht, hoffentlich. Und jetzt machen wir einen zweiten Stockpile. Und der sollte jetzt hier sein. Und den akzepten wir auch. Und da sollen nur... Bars and Blocks. Ne, ich bräuchte jetzt... Cam, Weather, Refuse, Deer, Stone. Okay, dann würde das schon mal fertig sein. Klicken Icon und setting it. Ja. Habe ich. Ich hoffe, die bringen das da jetzt hin. Ja, da war der Erste, der das da schon hingebracht hat. Dann ist das schon mal richtig. Das war jetzt ein... Okay, jetzt habe ich gerade die Personen angeklickt. Craft Rust Workshop. Make Rock Amolet. Der ist die ganze Zeit da am Machen. Das müsste hier ja reinkommen. Ich hoffe, die räumen das da auch auf. So, und jetzt müssen wir hier noch ein... Craft Rust Workshop. Jetzt müssen wir da noch einen machen. Workshop. Crafts. Set After. Woher wollen wir denn am meisten von hier? Citroen Lockwoods. Macht er. Dann gibt es hier wieder ein Stoppile. Welches wieder so ist. Und den akzeptieren wir jetzt. Ich glaube, Finish Goods passt schon da. Und dann machen wir noch einen. Und zwar den dann. Den akzeptieren wir auch wieder. Und da kommt auch Stone rein. Und er müsste jetzt... Müssen wir gleich noch gucken, wer da was er da macht. Dann machen wir erst mal das Rechtsklicken. Hier rein. Add New Task. Rock Open Mini Wood. Rock ist schon richtig. Brazolets können wir machen. Und das soll er auch repeaten erstmal. Gut, das läuft dann erstmal soweit. Jetzt müssten wir noch weitere Räumlichkeiten natürlich ausheben. 4, 1, 1, 2, 3, 4 und runter. Jetzt habe ich das. 4, Tür. 4, passt. Und das ist auch da. Den Tunnel noch ein bisschen weitermachen. Dann können die da auch noch ausarbeiten, das Ganze. Passt erstmal. Hier steht schon ein Bett. Haben wir da noch mehr Furniture? Furniture. Bett. Needs bed. Make it workshop first. Okay, haben wir denn kein Furniture-Laden mehr? Ist doch hier, oder? Carpenters Workshop. Task. Add new task. Make bed. Kann ich das hier leider nicht so machen, ne? Der soll erstmal ein paar mehr machen. Aber den habe ich gleich wieder vergessen, dass er ein paar mehr machen soll, ne? 3, 4, 5. 6. 7. Ich glaube, jetzt haben wir als erstes 7 Betten. Das müsste reichen. Wir können aber auch schon eines aufstellen, weil da hat er, glaube ich, schon eins fertig, ne? Furniture. Furniture. Bett. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das mal hinkriegen, dass der... Wie kann ich das denn jetzt bitte schön hier machen? Workshop, nein. Furniture. Hotkey ist B. Furniture. Hotkey ist wieder B. Was ist das denn hier für ein Code? F. B. Was ist denn das für ein Kampfgeräusch gewesen? Okay, BFB passt dafür, das. Jetzt ist die Frage hier, habe ich sowas im Geräusch gehört, als ob irgendwo wer am Kämpfen wäre, ne? Okay, wir müssen uns um die Tiere auch noch kümmern, pen and paste her, oder wie hieß das? Machen wir jetzt. Hages wraps. Hages wraps. Machines, nee, das muss dann über Dingens durchgegangen sein. mal ein click on existing stockpile, machen wir gerade hier was hin, accept custom animals aber die sind ja im käfig hier, das ist falsch, das ist nicht das was ich wollte mach da nochmal wood hin und zwar alles, das ist alles okay, ich hab dann noch den falschen stockpile hier ausgewählt wohl, ist das unter structures? nein military trade depot workshop traps, zonen sind es, aha pen and pasteur so, das accept und jetzt muss da wer rein? select animals to be placed here, ja dog, ne dog wollen wir nicht nehmen goat kann da rein und der gun coke hier also was, das machen wir nicht so, das wird das mit dem, die beiden gehen da mal rein, weil die können sich dann äh, das ist ja ein weibchen, das ist ein männchen, dann können die sich da definitiv, äh, sach schon ja, das haben wir schon klar, das brauche ich nicht mehr lesen jetzt, kommt wahrscheinlich beim nächsten mal wieder, weil ich gerade nicht geschafft habe äh, ist angenommen, ja ist angenommen, das ist schon mal gut, das heißt, das kann weg, das kann weg, die beiden sitzen jetzt da dran ich muss nur gucken, ob es groß genug ist nachher, ne? das könnte noch zum problem werden nochmal das ganze, pen and pasteur machen wir hier nochmal hin, ich glaube so, passt das schon ach, ich hätte den haken wieder setzen müssen, ne? ok Tiere auswählen machen wir billy the goat da rein da ist eine henne ich weiß nicht, wer sich hier verträgt, so, ne? machen die da alle mal rein, den donkey nehmen wir auch noch mit und, ne, den hatten wir schon und das rentier nehmen wir da auch noch mit rein ich glaube, das ist erstmal gut so die sind dann auch schon da natürlich bräuchten wir noch einen Zaun vielleicht drum rum, ne? hm Structures Furniture Doors und Hedges äh, da ist ja noch was Furniture, ne, das müsste wenn hier ne, da sind Klappen wo finde ich denn hier vielleicht Dingens, äh, Zäune und sowas Constructions, das ist hier Floor, Paved Road, na, 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 Track Fort Vertication, Wall Floor, ne, das ist alles nicht das Käfige wollen wir auch nicht Traps wollen wir, ja, die wollen wir auf jeden Fall, ja, auch, aber jetzt nicht hier, ne läuft das nicht hier, ne äh, wo kann ich denn sowas bauen hier einen Zaun will ich haben Set holding routes for man guards, okay, set high and low traffic areas Käfige und Seile, Maschinen und Flüssigkeiten Floodgate, Well Lever Windmill, Gear Assembly, nein, das ist alles nichts, muss ich das im Workshop machen wahrscheinlich, das könnte natürlich sein äh, hierhin Äh, hierhin Add New Task, wahrscheinlich ist es hier Amor Stand, Animal Trap, alter, Wooden Ball Warte, das war, Ball, Wooden Door, Floodgate, Crunch, ich glaube das ist ganz unten, ne Wheelbarrel, Rape, ne, doch nicht Splint, Shield, Pipe Section, Pedestal, Mine Cards, ne Habe ich es irgendwie übersehen Nee Hmm Butler, Quintet, Cage Sorry Leute Äh Ich weiß, dass es damals noch ein Untermenü war, aber hier Finde ich es gerade nicht Chest, Chair, Kaskit Aber wo wir hier schon sind, ne Add Ah, hier sind wir beim Chair wieder, ey Jetzt suchen wir uns hier einen zurecht, ne Gibt es da auch eine Abkürzung für, für den Chair Sehe ich, hier wird nicht angezeigt, das ist voll doof, C wie Chair, ne leider nicht, dann geht es eine Etage tiefer oder höher oder sowas Ich weiß nicht, wie viel ich habe, aber werden wahrscheinlich jetzt schon mal reichen So, jetzt müssen wir hier noch Schauen, den Kasten, den Wagen, den müssen wir auch noch auflösen, ne Remove this building Stated for removal, passt Sollte der abgebaut werden, ist auch gemacht worden, das ist schon mal gut Und mir fehlen immer noch die wooden doors, ne Set walls, hier sind walls oder was Smooth around wall to make it more pleasing And with artwork Gibt es denn hier auch Holzwänder Ja, die plant gathering order, das sollen wir vielleicht mal, die scrollen, das ist noch nicht meins So, dann können die erstmal was zu essen besorgen, das ist ja auch wichtig, ne Jetzt haben wir hier Was ist denn das? Ah, das ist die Überbleibsel, okay, das passt schon mal Hier, das ist voll, das ist fast voll, okay Wir haben hier den Trade Depot, das passt Jetzt müssen wir eigentlich gucken, dass wir in der nächsten Folge mal den Manager und sowas da auf den Weg bringen, ne Das ist ja jetzt auch nicht so einfach, ne Das müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen Meeting area, Bedroom, Dining hall Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen drum kümmern Dining hall ist wichtig zu setzen und so, ne Soons, ah, klar Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die Leute kriegen Ich sag mal, wir machen hier erst wieder einen Cut Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen Wir würden mich freuen, wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei seid Falls ihr noch gerne überhaupt macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch Macht euch die Glocke an, damit wir das nächste Video hochladen Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao